Äh, Säbelzahnzieger hinter dir. Ich würd' jetzt, äh, mal Hackengas geben. Kannst du, äh, mal bohlen? Kann ich. Hab ihn. Wunderbar. Töten ja, ne? So. Hallo und herzlich willkommen zurück, Ark Survival Plus. Wie immer mit dabei. Smiddy. Moin moin. Äh, wir brauchen Kristall, hast du mir gesagt. Richtig, um mal ein Fernglas zu bauen, beziehungsweise im Hinblick schon mal auf den Archimisten, der ja Glas erstellen kann. Also, guck dir doch mal Pferdchen an. Ist doch doppelt so breit wie vorher. Ja, da wären wir ein bisschen... Hier sieht doch aus wie ein laufender Klaus. Ja, solange sie noch die Geschwindigkeit hat. Wenn das passt. Schwangerschaftsurlaub gibt's noch nicht. Erstmal wird noch mal hier Kristall geholt. Richtig, und Limestone. Ach, siehst du, warte mal. Äh, ich nehm noch mal eben ein paar Kekse mit, falls wir ein Schwein finden. Okay. Bin sofort wieder da. Wir freuen mal, was habe ich hier gemacht. Leckere Cookies, ja? Ja. Ich glaube, das ist Schweinefutter. Ja. Hab ich die Signalpistole nicht dabei? Du hast ja... Ich weiß nicht, ob ihr sie dabei hast. Aber ich glaube nicht, dass wir sie dringend brauchen werden. Nöh, warum auch? geht ja immer alles glatt immer immer geleckt hier kennst du den weg oder soll ich vorwarten ich höre so komisch aus bei dir so ich weiß nicht du gehst zu komisch ja irgendwie leckt auch gerade ein bisschen ich habe hier keinen plan von dem weg dann folgen müssen vielleicht war zwischen den schwingenden clown durchreiten richtig was am blick riskieren wenn man langsam über die kuppe gucken ja hier rechts in der stadt stehen das geht noch dahinter ist zwei stück müssen aufpassen aber hier rechts geht es glaube ich schon hoch deswegen kommen wir da ganz gut dran vorbei weil das ein anderer weg ist als den ich letztes mal genommen von da weiß ich was uns hier erwartet ich glaube nichts du kommst hier glaube ich nicht weiter hier war ich beim letzten mal schon mal oder doch hier ich bin noch eins höher gegangen wie geht es ja hier sieht man wieder nichts hoch da vorne geht es hoch ist jetzt ein ein bisschen bringen arbeit hier tricky ein bisschen geht auf jeden fall siehst du immer am besten hast es ja genau dann geht es hier hoch und wenn wir jetzt hier den berg geschafft haben sind wir auch schon beim kristall hier geht es den weg noch lange rechts muss man genau da sind auch die kristallische genau lecker ja dann auch von leitungen damit fand ich nicht dass wir gleich jetzt aber weg schmiert und wir sind oben was ist mit pferdchen und pferdchen kindern und friedhelm und uns und gleich mal zwei perfekte zwillinge auswerfen nicht schlecht und dann können wir hier schön kristall abbauen gucken ob es mehr gibt als am letzten mal mit den teuren metall ein bisschen besser viel besser weiß nicht woran es liegt aber 22 kriege ich jetzt raus das ist ungefähr die steigerung um 300 prozent ich weiß es nicht zum letzten mal habe ich immer nur zwei gekriegt oder drei wenn mit glück auch mal gar nichts also könnte nicht sein dass ich die falsche hacke benutzt habe aber eigentlich nicht ich habe die schwitzer gegendet weiß naja das ist ja schon mal nicht schlecht dass man wenn sie ein bisschen was rauskriegt hier das lohnt sich ja schon mal ein bisschen ein verträumter an kühlen hier oben und vielleicht ist der limestone hier ja aber ich habe noch keinen gesehen wenn wir doch mal 200 300 das reicht auf jeden fall für ein fernglas für jeden auf jeden fall bestimmt für das andere andere wasserglas ja dicken metallklips hier nochmal mit da freut sich doch der weide wenn er wieder metall zum schmelzen hat auf jeden fall wohl doch das licht an den spitze an den guten weil du kriegst jetzt hier aus dem großen doch schon ordentlich was raus ja weil hier iron ore habe ich jetzt vielleicht die 200 erreicht ja ja 214 gab es da mal eben raus ja schon mal ein bisschen was jeden fall ja ich kann noch nicht alles mitnehmen ich steine muss ich hier lassen und selbst dann ist mein pferdchen überall hast du noch platz ja ohne ende nimm dir mal was raus aus meinem pferdchen bewegt sich nicht gerade schnell okay reicht das schon oder muss ich noch nur mussten auch ein bisschen ja kein problem so 50 nochmal 50 metall oder 50 ja das geht auch ich nochmal platz für irgendwas ja wollen wir nochmal gucken ob wir hoch können wegen den limestone oder ich weiß nicht ob du den weg nach oben kennst ähm wir können ja nochmal ein stück weiter gucken ja ja vorsichtig nicht wirklich mal ein ankylo oder ein galli hier ist ein galli brauchen wir ja nicht mehr so dringend aber ein ankylo leistung ja ganz gut obsidian sehe ich hier ist nochmal kristallnest übersehen ah ne uuh ja du warst hier hinten ähm da ist schon mal ein raptor das ist nicht gut wo bist du denn jetzt nur ein stück weiter geradeaus wo bist du denn jetzt richtung dieser steinbauten ja unten ist obsidian bauen wir noch nicht das ist natürlich nochmal ein höher kommen könnten das ist natürlich mal gar nicht schlecht mach nur gern weil auf der brücke rüber auf der anderen seite oben gab es auch nochmal kristall jetzt kommt er in unsere richtung ja jetzt kommt er da rennt er aber ganz schnell weg na dann rennen doch oh jetzt kommt er wieder kommt er wieder ne doch nicht ne hat immer noch schiss ey scheiße jetzt hätte ich ihn auch gerne gekillt aber dann wäre es mir das hier zu blöd wenn wir hier hinten rum weiter reiten also da wo der raptor gerade herkommt da einen weg nach oben gibt wo bist du jetzt da wo der raptor herkam an dem see ja an dem see weiter genau da bin ich ein bisschen links da genau das ja die lu ja ja ein bisschen aufpassen auf den ähm wie heißen sie denn die heimisch sind Hyäne nee Terzino Set Service achso ja da oben müssten wir hoch ja hier ist auch nichts ne irgendwie ne das ist nichts hier ist relativ ruhig hm ob es hier nach oben geht da drüben sind Terzino auf jeden Fall ja der wird 145 mit dem sollte man es vielleicht nicht anlegen auch kannst du mir mal eben sehen das könnte würde ich tun hier ist so ein weg ja links ja hier geht es nach oben ja ja ich wollte noch mal eben kurz hier über die Ebene gucken ja aber hier ist es ja eigentlich schon wo die ankylos immer waren wo richtig weise wo wo ähm wo gehen ja hier sie haben äh Säbelzahntiger hinter dir ich würde jetzt äh mal Hackengas geben kannst du äh mal bohladen kann ich hab ihn wunderbar wir töten ja ne so so sehr gut das hat ja hingehauen unsere ersten 19 Pelz das ist ja gut ich hab mich schon geärgert ich hab doch neulich mal bei einer der letzten zwei drei Folgen hab ich mal ein Schaf gesehen hätte ich mal lieber umhauen sollen ich wollte äh lass uns mal kurz hier über die Ebene gucken aber hier sind so viele Hyänen schon wieder kommen die auch noch ja das ist eine ganze Menge unser Schiss naja verdammt naja vielleicht kann man von oben einen Blick rüberwerfen ja aber mal gucken was uns hier noch so erwartet Agentavis doch hier links geht es dann glaube ich irgendwie hoch doch hier links geht es dann glaube ich irgendwie hoch hm hm kannste was sehen ein Megalosaurus sehe ich hier das ähm und ein Kano sehe ich da rechts aber die sind unter uns also da passiert erstmal nix hier rechts runter noch ein paar Hyänen aber wenn wir links oben bleiben ja wird erstmal nix passieren meine hier müsste es hochgehen hier gibt es ist es hier eine Höhle wo ähm hier hab ich auch eine hier ist noch Kristall drin ne warte wo bist du denn warte aber da ich komm wieder raus hier rechts von dir naja ein ein Weg weiter aber auch noch so ein das ist die gleiche da kommst du wieder raus achso ist nur ein Durchgang ja nur ein Durchgang genau wir gleich aufgegessen werden ich hoffe es nicht willst du das Kristallmap auch nicht werf mal ein Blick nach vorne ja Gewichtstechnik ist schon mal ziemlich am ja ja ist nur ein Durchgang aber wenn du hier weiterkommst ist es nochmal Kristall ohja hier auch links an der Wand wie das das wüsste mein Handy obwohl es aus war des Metrozeiten das Bedürfnis gab was zu erzählen ok ja hm 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 schade ich dachte mal so ein paar an Kilos hätte ich jetzt hier auch mit gerechnet hier links ist der Fluss hier gehts noch weiter hoch vielleicht haben wir ja noch was ja wir sind glaube ich wieder da wo wir am Anfang hochgegangen sind ja müsste hier der Kristallspot sein ja meinste wir müssen nochmal einen hoch auf jeden Fall ne ja stimmt das ist der Kristallspot weil hier ist die Höhle über uns ja es hat ja gut funktioniert da oben hoch müssen wir eigentlich na ja das stehen wir nicht im Weg doch bloß die Blumen hier ne so nochmal einen Weg nixens mal hoch finden mhm da machen wir unseren Weg zurück und gucken nochmal hinten an unserer üblichen Stelle weil da sind immer ein paar Limestones abgefallen ja was hier für ein Torridor wir sind hochgegangen vorhin also ehrlich oh ja oder oder hier runter lieber noch nicht da ist dort zu ziehen nur noch da unten da der ja auch nicht gerade der langsamste ist ne das stimmt da kann schon ganz gut aber was ist denn hier rechts da ist irgendwie so ein dschungeliger Durchgang hier ist ein Geboa nur ohja das ist hier das ist eine Höhle oder so zum Eingang aber achso ja das ist die Höhle wo ich immer betäubt dann umliegen glaube ich da okay da wollen wir ja nicht oh da hau ich da hau ich jetzt nach oben jetzt nach oben vorsichtig ah ok mal hier kurz um die Ecke hier ist nix Mann Dodo hier siehts auch ganz gut aus ja hier ist erstmal nix achso hier ist ja gleiche Stelle gleiche Bälle ne hier ist ne andere Stelle oder? nö jetzt sind wir da wo wir eben waren ach stimmt hast du recht oh man also das läuft ja verwirrend hier sieht auch alles gleich aus hier warst du vorhin auch ne? jo so ich würde sagen machen wir mal ein Päuschen hier gucken mal äh am besten in der nächsten Folge ob wir da nochmal ein Fleckchen finden wo wir noch nicht waren ja das wäre nicht verkehrt also sag ich mal vielen Dank fürs zugucken bis zum nächsten Mal ciao ciao Tschüss